Heute sprechen wir über hochinteressante Entwicklungen bei Ethereum, die Sicherheit von Bitcoin und darüber, wie Microsoft für ein massives Nutzerwachstum bei Kryptowährungen sorgen wird. Von inflationär zu deflationär. In einem bahnbrechenden Schritt bei Ethereum wurde das Angebot von Ether seit Beginn des Jahres um 66.000 ETH reduziert, wie das Kryptoanalyseunternehmen IntoTheBlock am 18. März mitteilte. Dies ist eine Folge des Ethereum-Merge zu Proof-of-Stake-Konsensmechanismus, der im September 2022 stattgefunden hat. Durch den Übergang zu Proof-of-Stake wurde Ethereum nicht nur deutlich umweltfreundlicher, durch die Verbrennung der Gebühren wurde die zweitgrößte Kryptowährung der Welt deflationär. Für diejenigen, die mit dem Begriff nicht vertraut sind, eine deflationäre Währung ist, wenn das Angebot im Laufe der Zeit abnimmt. Dies steht im Gegensatz zur inflationären Währung, wie Fiat-Währungen, wie etwa Dollar oder Euro, die beliebig oft gedruckt werden können. Somit nimmt das Angebot an Dollar zu und die Kaufkraft sinkt. Somit sind deflationäre Währungen besonders attraktiv für Krypto-Enthusiasten, die auf der Suche nach knappen digitalen Vermögenswerten sind, denn umso knapper ein Gut, desto wahrscheinlicher ist es, dass sein Wert steigt. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Es ist erwähnenswert, dass ein weiteres, mit Spannung erwartetes Shanghai-Capella-Upgrade, auch bekannt als Chapella-Upgrade, am 12. April 2023 in Betrieb genommen werden soll. Der bemerkenswerteste Aspekt dieses Upgrades ist Ethereum Improvement Proposal, EIP 4895, das Validator-Staking-Abhebungen im Hauptnetzwerk einführt. Diese wichtige Funktion wurde bei der Umstellung auf Proof-of-Stake ausgelassen, um die Sicherheit des Netzwerks nicht zu gefährden. Worum es dabei geht, haben wir im gestrigen Video erklärt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos bewegt sich der ETH-Kurs um 1816,52 Dollar pro Coin. Der ETH-Preis kletterte in den letzten sieben Tagen um 26 Prozent. Der nächste Global Player wagt den Vorstoß ins Web3. Es ist kein geringerer als Microsoft. In geleakten Screenshots von einem Tag Whistleblower kann man in einem Tweet interessante Neuerungen zu einem Kryptowallet im Edge-Browser sehen. Unter anderem sieht man in einem der Screenshots ein Wallet und darunter steht geschrieben, wir ermutigen sie, unsere erste Web3-Wallet zu testen und uns offenes Feedback zu geben. Wenn es sich als wahr herausstellen sollte, scheint es, dass das Wallet non-custodial ist. Somit hätte Microsoft keinen Zugriff auf sensible Daten. Andere Screenshots zeigen die Möglichkeit, Kryptoassets zu tauschen, zu senden und zu kaufen. Die Kryptobörse Coinbase und das Web3-Infrastrukturunternehmen Moonpay dienen als integrierte Plattform, um Krypto zu kaufen und in die Microsoft-Wallet einzuzahlen. In Bezug auf NFTs heißt es in der Benutzeroberfläche, durchsuchen Sie verschiedene Marktplätze, um Ihren ersten NFT zu finden und wenn Sie Ihre Sammlung von NFTs aufbauen, werden Sie hier organisiert. Der Schritt von Microsoft ist ein weiterer Versuch, das Image und die Fähigkeiten vom Edge-Browser zu erweitern. Es ist kein Wunder, dass Microsoft diesen Weg geht. Wer zum Beispiel mit einer MetaMask-Wallet arbeitet, ist fast auf die Google-Chrome-Extension angewiesen. Wenn also das Web3 weiter so rasant wächst, muss man eben für die Infrastruktur sorgen, um nicht abgehängt zu werden. Am 7. Februar kündigte Microsoft außerdem die Integration von Suchmaschinen mit künstlicher Intelligenz und Chat über ChatGPT von OpenAI als Teil der neuen Upgrades für die Suchmaschine Bing und den Edge-Browser an. Es sieht ganz danach aus, als ob sich Microsoft für eine neue Ära rüsten möchte. Wie seht ihr diese Moves von Microsoft? Würdet ihr das Edge-Wallet benutzen und denkt ihr, Microsoft könnte wichtiger als Google werden mit den genannten Features? Bitcoin läuft nun seit 10 Jahren, rund um die Uhr und ohne Ausfallzeiten. Somit hat das Netzwerk einen bedeutenden Meilenstein in seiner Geschichte erreicht, in dem es ein Jahrzehnt ununterbrochen ohne Ausfallzeiten lief und damit den Weg für eine neue Ära des dezentralen Finanzwesens ebnete. Bitcoin ist in den letzten 10 Jahren 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und ohne jegliche Probleme gelaufen. Dieser Zeitraum entspricht 3.650 Tagen ohne Unterbrechung des Betriebs. Seit den Anfängen der Kryptowährung im Jahr 2009 hat das Netzwerk zwei größere Ausfälle erlitten. Ein bemerkenswerter Vorfall ereignete sich im Jahr 2010, als ein Block eine Transaktion enthielt, die astronomische Mengen an Bitcoin hergestellt hat. Die Community hat das Problem jedoch schnell entdeckt und behoben, wodurch die Integrität des Bitcoin-Netzwerks wieder gewährleistet wurde. Interessanterweise lag die Betriebszeit von Bitcoin im Jahr 2010 bei 99,908 Prozent. Ein weiteres Problem trat 2013 auf, als ein Block mit mehr Transaktionsinputs als zuvor gesehen, gemeint und verbreitet wurde, was zu einem Fork in der Blockchain führte. Auch dieses Problem wurde von der Community schnell erkannt und behoben, sodass keine größeren Schäden für das Netzwerk entstand. Der Vorfall führte zu einer Bitcoin-Betriebszeit von 99,932 Prozent im Jahr 2013. Die Tatsache, dass Bitcoin seit zehn Jahren ohne Ausfallzeiten läuft, ist ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie. Vor allem die dezentrale Natur macht es für jeden extrem schwierig, das Netzwerk auszuschalten oder seine Sicherheit zu gefährden. Der Status der Betriebszeit bestätigt außerdem die Ideologie von Bitcoin, die Mängel des traditionellen Finanzsektors zu beheben. Die 24-7-Verfügbarkeit bedeutet, dass Bitcoin für die Nutzer immer zugänglich ist, unabhängig von ihrem Standort. Dies macht Bitcoin zu einer attraktiven Option für Menschen, die außerhalb der regulären Banköffnungszeiten Transaktionen durchführen wollen oder in Ländern leben, in denen traditionelle Bankdienstleistungen nicht ohne weiteres verfügbar sind. Außerdem fällt der Meilenstein in eine Zeit, in der der Bankensektor in den Vereinigten Staaten nach dem viel beachteten Zusammenbruch von drei Kreditinstituten innerhalb weniger Tage in eine Krise geraten ist. Das schafft neues Interesse an Bitcoin, da dieser Meilenstein in eine Zeit fällt, in der der Bankensektor aufgrund neuer Ereignisse ins Wanken geraten ist. Der Bitcoin-Kurs ist in den letzten Tagen stetig gestiegen und hat neue drei Monatshöchststände erreicht. Bei Erstellung dieses Videos wurde der Kurs bei 26.877 Dollar gehandelt, mit einem 24-Stunden-Gewinn von über 7 Prozent. Auf dem Wochenchart ist Bitcoin um 35 Prozent gestiegen. Die Nummer 1 laut Marktkapitalisierung hat im Allgemeinen das negative Momentum des Bankensektors ignoriert und den Kryptomarkt bei seiner Erholung angeführt, was durch den Zufluss von 200 Milliarden Dollar in einer Woche in diesem Sektor unterstrichen wird. Was ist euer persönliches Ziel für Bitcoin? Wann werdet ihr eure Bestände verkaufen? Schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns über jedes Like und Feedback.